Servus TSG-Fans, hier ist gerade die interne Wisek-Meisterschaft mit allen verschiedenen Mannschaften und währenddessen ist diese Woche auch das Trainingscamp von den Tornen den ganz jungen, keine Ahnung was das ist genau, da halte ich mich eher raus. Vorhin hatte man ja auch Torwarttraining und hier wie gesagt, hier sehen sie alles dabei, kunter bunter Mix, dabei auch unser Trainer Sofjan, der normal nur unsere Wisek-Busse chauffiert durch die Gegend, zur Uni fährt und alles. Einmal Team Sofjan gegen Team Ali, ich glaube es steht 0-0, noch das Ganze. Hier geht der Hart. Was sagen Sie zum 1-0? Ja bisher ein gutes Spiel und das Tor war unverdient. Kommen wir halten den Ball, wir spielen mit, wir spielen mit, mal gucken was hier abgeht. Schade, so weiter Männer, weiter Ali, weiter. Wie gesagt es steht 1-0 hier geht es richtig zur Sache, hier wird auch unfair gespielt, die Trainer sind auch nicht so Nur die Fersten, die Trainer spielen eher wenig ab und spielen wie die größten Cracks und so wie gesagt, hier geht's ab und die nächsten Tage wird ja auch noch viel passieren, also an alle Visex-Spieler, ihr seid herzlich eingeladen, zu jeder Zeit herzukommen, könnt auch hier pennen und hier ist immer jemand da.